so es ist natürlich wunderlustig fein dass ich jetzt so aufnehmen muss aber schaut mal das die qualität wird natürlich nicht so überragend sein aber eigentlich wollte ich nämlich amy aufnehmen ein niegel nagel neues survival horror spiel extra für euch aufnehmen weil ich einfach dachte muss man es muss einfach was kommen wenn jetzt schon deutschland abgebrochen ist ja aber irgendwie will mein mein computer meinen fern so nicht also beziehungsweise das bild will von meinem computer auf meinen fernseher nicht mehr wiedergegeben werden somit kann ich wieder auf aufnahme klicken noch sonst irgendwas also ich sehe nichts mein anderes kabel was ich für einen normalen computer laptop computer laptop computer bildschirm hatte habe ich verliehen ja irgendwie will mich dieser computer langsam richtig ärgern dementsprechend tut es mir leid kann ich es doch nicht erstmal aufnehmen hochladen wie auch immer obwohl ich wirklich fest vorgenommen habe wenn dann kannst du wenigstens was neues machen ich habe keinen schimmer wie ich jetzt ohne mein eigentlichen computer bildschirm alles so einrichten kann das wieder funktioniert so tut es mir leid aber ich lasse euch einfach mal die info dass ich noch tun werde weil ich kann ja dementsprechend zurzeit gar nichts am computer machen und wenn ich dies tue oder einfach extra für euch werde ich das spiel ich will nichts versprechen ich weiß nicht wenn es geht aber auf jeden fall werde ich es let's play das da schwöre ich bei gott und sonstigen rings sonstigen dings ja das ist wieder das nicht wieder 20 minuten video wird beende ich hier mit wünsche euch noch einen schönen abend schöne woche schönes wochenende später dann tut mir leid ich wollte jetzt wirklich mal wieder was aufnehmen jetzt vergeigt mir der elende computer weil er nicht peilt dass ich mein bildschirmanschluss am fernseher dran habe sonst ist auch immer jetzt geht es nicht mehr die welt ist gegen mich halleluja b infamous also